Am Dienstag geht es los. Pop10 präsentiert sich im neuen Outfit und ihr seid recht herzlich eingeladen, das mit uns zu feiern. Wir machen das in Magdeburgs Stadtzentrum im Altstadtkrankenhaus. Das klingt verrückt, ist es auch. Wir haben eingeladen, um 18 Uhr geht es los, kommt alle vorbei ins Altstadtkrankenhaus Magdeburg. Und wozu haben wir eingeladen? Zu einer großartigen Indie-Pop-Band. Sie heißen The Dashwoods, spielen für euch live ab 18 Uhr am 5.6. in Magdeburg. Eintritt, 6 Euro, kommt vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. The Dashwoods live am 5.6. präsentiert von Pop10. Wir feiern gemeinsam ein ganz, ganz neues Pop10.